Ich komme gerade aus der SB Waschbox und früher habe ich einen wesentlich größeren Reinigungsaufwand gehabt. Ich musste also Bürste einsetzen, Schwämme einsetzen, musste Waschmittel einsetzen. Heute bin ich mit meinem Fahrzeug, das mit Vogelkot, mit Mücken und mit einer Staubschicht bedeckt war. Heute Morgen vorne auf der Windschutzscheibe und überall auf der Motorhaube bin ich in die Waschbox gefahren. Ich habe einfach nur klares Wasser genommen, habe es abgespritzt, habe es abgeledert und die hartnäckigen Stellen habe ich einfach mit einem trockenen Tuch nachgerieben und der glänzt wieder wie neu. Ich wollte einfach nur sagen, es ist viel weniger Aufwand, ich brauche viel weniger Reinigungsmittel, überhaupt keine Reinigungsmittel mehr und schone auch noch die Umwelt und meinen Geldbeutel. Und ich kann das nur weiterempfehlen, wenn ihr euer Fahrzeug mit weniger Reinigungsaufwand sauber halten wollt und vor allen Dingen, wenn ihr euer Fahrzeug im Wert erhalten wollt, dann kann ich nur eine Nano-Glas-Keramik-Versiegelung euch ans Herz legen. Ich kann das nicht nur sagen, es ist depositoren, wenn ihr da중에 acousten solltetörper